Egal ob Mann, Frau oder Kind, jede und jeder von uns hat etliche Kosmetikprodukte im Bad rumstehen. Aber es tut ja auch gut, sich und seinen Körper zu pflegen. Das sagt auch Thomas Kaiser, der Geschäftsführer vom Industrieverband Körperpflege und Waschmittel. Kosmetik und Körperpflege sind für die Menschen sehr wichtig. Sie sind sozusagen ein kleiner Luxus im Alltag. Übrigens verbringt jeder von uns 45 Minuten im Bad am Tag. Ja, Teenager aber auf jeden Fall mehr. Aber auch 45 Minuten sind ja schon viel Zeit für Cremes, Deos und Make-up. Die Auswahl an Kosmetika ist auf jeden Fall enorm, findet auch diese Kundin in einem Drogeriemarkt. Wenn man hier vorsteht, dann ist es schon ein bisschen viel. Weil irgendwie spricht einen alles an, irgendwie könnte alles funktionieren. Aber funktioniert das auch alles? Nein, sagt Claudia Borelli, Dermatologin am Uniklinikum Tübingen. Es muss sich darüber klar sein, dass vieles Werbung ist. Nicht alles wirkt, so wie es wirken soll. Das heißt, nicht alles, was auf dem Markt erhältlich ist oder was im Internet besprochen wird, ist sinnvoll und gut. Ich bin Anne Schneider, Redakteurin aus der WDR Verbraucherredaktion. Und ich bin Doc Esser, Lungenfahrharzt, Kardiologin, Intensivmediziner und wie geschaffen für diese Folge. Großartig. Herzlich willkommen hier bei FragDichFIT, dem WDR 2 Gesundheitspodcast. Und mir steht ein Haiwi in voller Montur und voll geschminkt gegenüber. Das ist richtig. Ich habe tatsächlich übrigens die Fußnecke lackiert. Egal ob Körperlotion, Tagescreme, Make-up oder Deo, Kosmetika stehen in fast allen Badezimmern. Bei mir natürlich auch. Und meine Tochter ist da echt der Hammer. Die hat einen ganzen Schminktisch voll mit Make-up-Pudern, irgendwelchen Gesichtswassern, Concealer und Co. Also ich musste mir jetzt schon bei manchen Dingen erklären lassen, wofür das wieder gut ist. Da waren wohl dann die diversen Influencer auf TikTok und Co. sehr erfolgreich. Ihre Freundinnen sind auch immer perfekt geschminkt. Wie sieht es denn bei deiner Ältesten aus? Ach, genauso. Nee, die Älteste ist sogar noch die entspannteste von allen. Und ich würde mal sagen, die ist die natürlichste von allen. Bei der zweiten ist es deutlich mehr. Aber auch meine kleine Zora, die fängt jetzt schon an. Also sie hat mir auch die Fußnägel verpasst. Und ich kann ja schon ganz genau erzählen, in welcher Reihenfolge was wo aufgetragen wird. Es ist gruselig. Woher weiß die das denn jetzt? Naja, die informiert sich natürlich über ihre Schwestern. Aber die informiert sich eben, wie du es gerade gesagt hast, über TikTok darf sie nicht. Aber Insta, da siehst du mal, ich bin da auch so ein bisschen, bin nicht konsequent genug, fällt mir gerade auf. Aber da kriegt sie auf jeden Fall auch ganz viele Tipps und Tricks. Und die hat auch schon einen Schminkkopf. War furchtbar, aber war. Okay, also einige von euch haben uns in der Doc Esser nach den Westenfit-Facebook-Gruppe geschrieben, dass sie gar keine Kosmetikprodukte verwenden und damit gut zurechtkommen. Aber bei manchen Jugendlichen müssen einfach Pickel abgedeckt werden mit dem Make-up. Nur ist es überhaupt gut oder macht es mehr Sinn, Akne-Haut in Ruhe zu lassen und sich das Gesicht einfach nur mit Wasser zu waschen? Also generell ist, glaube ich, das nicht so einfach zu beantworten. Also aus meiner Sicht wäre es eigentlich geschickter, wenn wir einen Schritt zurückgehen würden und uns wieder auf Wasser berufen würden. Aber es gibt natürlich Unterschiede in der Hautbeschaffenheit. Die eine Haut ist sehr trockene, die andere ist sehr fettig. Und da kannst du natürlich schon etwas unterstützend mitmachen. Aber darüber reden wir heute nicht, sondern wir reden ja tatsächlich heute eher über Substanzen, die dazu dienen sollen, gewisse Unregelmäßigkeiten meines Tanks auszugleichen, damit ich noch ein bisschen attraktiver wirke oder damit ich noch ein bisschen heißer wirke oder sexy wirke. Das betrifft ja jetzt nicht nur Frauen, sondern mittlerweile fangen ja auch Männer an, sich zu schminken. Ich finde generell, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Als ich mich nämlich eingelesen habe in die Folge, habe ich die ganze Zeit gedacht, ey, das klingt wie die Reparatur von einem Auto. So, was da drin ist. Was da alles so drin ist, da habe ich halt so, okay, Paraffine, Erdöl, Weichmacher, du hast Wachse drin und alles. Das klingt überhaupt nicht so das, was du dir gerne ins Gesicht reinstecken würdest, aber ja, manche scheinen es zu mögen. Ja, jetzt gibt es ja Make-up zum Beispiel, zum Abdecken von allem Möglichen in echt preiswert bis richtig teuer. Spielt der Preis da irgendeine Rolle, wenn es um die Qualität geht? Nee, wirklich nicht. Habe ich recherchiert und man kann ganz klar sagen, dass es auch Produkte gab, die haben das zehnfache weniger gekostet als Markenprodukte, wo vor allen Dingen der Name halt den Preis bestimmt hat und die waren von ihren Inhaltsstoffen deutlich besser und von der Verträglichkeit auch. Was ist überhaupt drin in unserer Kosmetik? Welche Stoffe sind vielleicht sogar giftig? Ist Naturkosmetik wirklich immer die bessere Wahl und ab wann ist Hautpflege übertrieben? Darüber sprechen wir heute in Frag Dich Fit, dem WDR 2 Gesundheitspodcast. Hiwi, nachdem ich mich für diese Folge mal bei mir im Bad und bei meiner Tochter auf dem Schminktisch umgesehen habe, wollte ich dann doch wissen, ob nur wir so viele Kosmetiker rumstehen haben oder ob das vielleicht bei vielen so ist und habe mir mal die Statistik dazu angeguckt. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland Kosmetik- und Körperpflegeprodukte für rund 15,9 Milliarden Euro verkauft, wobei die meisten Umsätze mit Mitteln für die Haare und Haut gemacht werden. Für dekorative Kosmetik, also Make-up und Konsorten, haben die Menschen in Deutschland 2023 mehr als 2 Milliarden Euro ausgegeben. Das ist ja dann wohl Grund genug, mal zu gucken, was da eigentlich drin ist in dem, was wir uns da auf die Haut und in die Haare schmieren oder sprühen. Fangen wir mal mit dem Make-up an. Was ist da drin und was sollte vor allen Dingen besser nicht drin sein? Amal, da machst du aber die Pandora-Kiste auf. Das kannst du nämlich gar nicht mit einem Satz so beantworten, sondern es gibt halt wahnsinnig viele umstrittene Inhaltsstoffe, die sich auch immer wieder in ihrer Bewertung ändern. Und wenn du dir jetzt einfach mal anschaust, woraus Kosmetik besteht, ich hatte es ja eben schon gesagt, ich komme mir vor, als ob ich in einer Werkstatt wäre, dann fängst du erst mal bei den Konservierungsstoffen an. Die Konservierungsstoffe sind deswegen wichtig, weil du ja mit dem Finger reinpatschst. Im besten Falle vielleicht mit einem Pinsel, aber letztendlich willst du die ja so lang wie möglich haltbar machen. Und da hast du beispielsweise die halogenorganischen Verbindungen, also ich werde jetzt nicht alle aufzählen, weil es ist unfassbar, was die alle machen. Aber da wäre zum Beispiel das Triclosan, was eigentlich als Grundstoff von Desinfektionsmitteln benutzt wird. Und das sollte man zum Beispiel dringend nach hinten schieben, weil es hier die Resistenz von Bakterien gegen Antibiotika beispielsweise fördert. Und das kommt aber nach wie vor immer noch in zahnpasten Seifen und Duschen vor. Und jetzt wird es wirklich sehr ausführlich, wenn du dir das anguckst. Also ich möchte gar nicht auf die ganzen Einzelstoffe kommen. Das wird den Rahmen hier sprengen. Aber letztendlich stehen die im Verdacht, zum Beispiel die Schilddrüsenfunktion zu beeinflussen, dass die unsere Erbsubstanz verändern. Oder dass die von der Europäischen Union, als zunächst extrem krankmachend beanstandet wurde, dann aber wieder reingekommen sind. Wo man aber im Nachhinein schon sagen muss, aber die sind doch krebsdächtig. Also von daher, Konservierungsstoffe tun uns nicht gut. Dann geht es weiter über UV-Filter, wo man sagt, okay, hier sind Substanzen drin, die zwar gegen die Sonne wirken, aber aufgrund ihrer Wirkungsweise, weil sie nämlich sogenannte chemische Lichtschutzfilter darstellen, auch wieder hormonell wirksam sind. Ich bin noch nicht fertig. Wir haben Duftstoffe, da kommen wir auch gleich drauf. Das weiß ich ja, da müssen wir gleich drüber sprechen. Dann gibt es Silikone. Ey, ich meine, ich denke die ganze Zeit, wir sind im Bad. Entschuldigen, könnt ihr das Bad verfugen? Und meine Frau oder den Mann. Also bitte, dass du mich nicht falsch verstehst. Ja, das ist total spannend. Es gibt die sogenannten Paraffine, die werden aus Erdöl hergestellt. Also Frau und Mann schmissen sich Erdöl ins Gesicht. Anders kann man es dir nicht sagen. Das sind Wachse, die du zum Beispiel in Lippenstifte drin hast. Ich bin noch nicht fertig. Dann hast du Mikroplastik, die wir auch noch besprechen müssen. Und andere Kunststoffe. Und dann sind wir bei den, und jetzt kommen die, die von vornherein schon als nicht hautfreundlich eingestuft werden, sogenannte PIG-Verbindungen. Oder eben auch hier das Palmöl, das immer wieder gerne genommen wird. Was aber jetzt hinsichtlich der Nachhaltigkeit extrem kontrovers ist. Lange geredet, dass du merkst, um viel zu besprechen. Allerdings. Ja, aber ich meine, es gibt ja auch einige Unterschiede in der Qualität der Inhaltsstoffe. Wenn wir zum Beispiel mal auf die Öle schauen. Du hast ja gerade schon erwähnt. Klar, die sind wahrscheinlich in fast allen Kosmetika, weil mit Öl pflegst du auch deine Haut. Aber welche sind denn da die besten, die hautverträglichsten? Also was darf drin sein? Es sollte ein Naturöl sein. Das ist immer wichtig. Es gibt unfassbar viele Naturöle. Es sollten keine synthetischen Öle sein, sondern letztendlich Pflanzenöle. Und die benutzt man eigentlich auch singulär. Das heißt, die sind dann weniger in Kosmetika verarbeitet. Gibt es natürlich auch. Sondern du nimmst die einfach so und dann nimmst du die für das, was sie denn eigentlich sollen. Also beispielsweise würdest du jetzt hier bei der trockenen Haut das Kokosöl oder das Mandelöl oder das Arganöl hier heranziehen, weil die wiederum die Haut beruhigen, weil die der Hautfeuchtigkeit in irgendeiner Art und Weise spenden. Das wäre zum Beispiel ganz wichtig. Dann gibt es aber eben auch bei der reifen Haut, der fortgeschrittenen Haut, da würde man sagen, nimm lieber das Avocadoöl oder das Hagebuttenöl. Das ist ja oft das Problem bei der älteren Haut, dass sie so fahl und blass erscheint. Bei der fettigen Haut, da würdest du eher das Distillöl empfehlen oder du würdest Hamfel empfehlen, weil da Omega-3 drin ist oder Sojaöl. Also du merkst schon. Also wichtig ist aber vor allen Dingen, dass es natürlich ist und am besten nicht verarbeitet. Und dann kannst du das auf jeden Fall funktionieren. Die Studien, die ich dazu gefunden habe, die haben eigentlich gezeigt, die Öle, die angeboten werden, sind alle gut. Kostet allerdings auch ein paar Euro. Ja gut. Du hast ja gerade schon angesprochen, die Duftstoffe sind immer ein großes Thema, wobei es ja auch welche gibt, die frei davon sind, also Kosmetika. Ja, Hypoallergen heißt das dann aber. Und die müssen auch extra bezahlt werden. Es sind aktuell 80 Duftstoffe, die als Allergenpotenzial gelten, was ich total befremdlich finde. Weißt du eigentlich, warum die Duftstoffe drin sind? Damit es schön riecht für uns, oder? Dann muss ich es anders sagen. Hatte ich auch gedacht, damit es nicht scheiße riecht. Ach so, weil diese Chemie-Cocktails so schlecht riechen. Richtig. Ich möchte es nochmal sagen, also du berieselst dich eigentlich mit Erdöl. Und damit das nicht schlecht riecht, tust du Duftstoffe bei. Und diese Duftstoffe sind einfach extrem Allergen. Also das bedeutet, jeder Asthmatiker kann quasi parallel dazu anfangen zu sprühen, damit er nicht in einen Anfall reingerät. Bei mir ist das bei Moschus so. Also das ist wirklich, das riecht so extrem. Genau. Ich übertreibe jetzt natürlich bewusst ein bisschen, aber es sollte einfach klar machen, was wir uns an Make-up draufschmieren, ist alles andere als gesundheitsfördernd und im seltensten Fall gut für die Haut. Ja, Mikroplastik ist ja auch so ein Thema, das uns überall begegnet. Das findet sich inzwischen in unserem Essen, in unseren Klamotten und halt auch in unseren Pflegeprodukten oder in dem Make-up. Geht es denn überhaupt, dass Kosmetikprodukte frei von Mikroplastik sind oder muss ich mich damit blöderweise einfach abfinden? Naja, früher wurde ja Mikroplastik vor allen Dingen als Abrasivstoff in die Substanzen reingemischt. Ja, letztendlich für so ein Peeling, damit irgendwie die Hautschuppen abgerieben werden. Ich habe das mein ganzes Leben, glaube ich, noch nicht gemacht. Aber es darf so nicht mehr verwendet werden. Du musst auch Lippen- und Nagelmittel freimachen von diesem Mikroplastik. Aber jetzt kommt das große Problem. Du darfst es synthetisch herstellen. Mikroplastik ist nichts anderes als ein Polymer. Und wir reden hier über synthetische Polymere in flüssiger Form. Und hier haben wir jetzt ein großes Problem, weil die sind kaum abbaubar. Und wir haben pro Jahr 46.000 Tonnen gelöste Polymere, die irgendwann durch Kosmetika entstanden sind. Und die jetzt hier einfach so rumdümpeln, ohne dass sie unsere Welt verlassen. Und das darf natürlich nicht sein. Dementsprechend sollte man da einfach vielleicht auf Naturkosmetik umschweifen, weil das möchtest du einfach nicht in der Umwelt haben. Und es tut der Umwelt nicht gut und es tut auch dir nicht gut. Und was passiert mit meinem Körper, wenn ich schlechte Kosmetika nutze? Also was kann da passieren? Das fragt Mik aus der Doc Esser-Facebook-Gruppe. Also wie sehr kann ich meiner Haut schaden, wenn ich eben mit diesem Cocktail aus Stoffen sie behandle, die da eigentlich gar nichts zu suchen haben? Also es geht nicht nur um die Haut. Also im schlimmsten Falle zerstörst du die Hautbarriere. Und sorgst dann wiederum dafür, dass Bakterien und Co. eindringen können. Hier geht es ja eher um die Frage, was passiert eben mit Mitteln, die wirklich in die Zellen reinrauschen und mein Erbgut verändern. Das heißt, du steigerst irgendwo die Krebsgefahr und das willst du ja nicht haben. Ja, Erbgutveränderung wäre ich eher zurückhaltend. Ja, dein Kind hat fünf Hände, nur weil du den Lippenstift genommen hast, wäre doch schade. Wäre irgendwie schade, ja. Ich weiß nicht, meine Großmutter sagte früher, den Lippenstift wäre Läuseblut und deshalb hat sie keinen benutzt. Wahrscheinlich wäre Läuseblut noch das weniger Schlimme. Das wäre zumindest natürlich. Aber weißt du, das Ding ist ja, also du hast einfach unheimlich viel synthetischen Mist da drin, von dem wir eigentlich nicht genau wissen, in welcher Konzentration lagert der sich eigentlich in unserem Körper an. Das ist ja so ein peu à peu. Und ich denke mal, dass du jetzt nicht sagen könntest, wie oft du dich schminkst oder wie oft du Lippenstift aufträgst und so weiter und so fort. Ständig quasi. Genau. Es ist eine ständige Aussetzung von Stoffen, von denen wir ausgehen, dass die eigentlich nicht gesund für unseren Körper sind. Wir wissen nicht überall, ob die wirklich krebserregend sind oder erbgutverändernd sind. Aber ich möchte jetzt nochmal sagen, wir reden hier gerade parallel dazu über Tattoo-Farben, dass die theoretisch krebserregend sein könnten. Aber das, was du nimmst jeden Tag, ist frei verkäuflich. Und das für junge Mädchen oder junge Jungs, ist ja scheißegal, wer sich jetzt hier schminkt. Und das finde ich das Drama eigentlich an der ganzen Geschichte. Da ist überhaupt gar keine Transparenz. Ja, machen wir mal weiter mit einem anderen ziemlich bekannten Thema, nämlich Aluminium in Deos. Das wurde mal untersucht, dass es brustkrebserregend sein soll. Darauf haben super viele Hersteller ihre Rezeptur geändert und dann damit Werbung gemacht, dass in ihrem Produkt eben kein Aluminium mehr drin ist. Aber ich meine, das wurde sogar letztens noch widerlegt. Wie ist denn da jetzt der aktuelle Stand? Letztendlich muss man einfach mal sagen, Aluminium ist leider etwas, was wir von überall bekommen. Das ist jetzt nicht nur über das Schminken, sondern du kriegst es zum Beispiel über das Trinkwasser. Ja, und mittlerweile sind wir etwas entspannter. Wir wissen, es ist neurotoxisch. Man darf nicht in einer zu hohen Konzentration im Körper vorgefunden werden, neurotoxisch. Es geht halt auf die Nervenzellen und macht sie krank oder im schlimmsten Falle tötet sie ab. Aber es muss eine gewisse Konzentration auch überschreiten, die wir selbst in der Zusammenschau von allen möglichen Quellen, von denen wir Aluminium aufnehmen, wahrscheinlich nie erreichen werden. Aluminium spielt vor allen Dingen eine große Rolle als Antitransparanz. Das heißt... Ja, klar, Deo, ne? Schwitzen verhindern. Bin ich eh raus. Es verstopft ja quasi die Schweißdrüse, wenn ich das jetzt mal so einfach runterbrechen darf. Deswegen nehme ich das ja auch nicht. Es ist aber auch da eher von der Körperaufnahme so gering zu werten, dass es wahrscheinlich sich nicht schädlich auf den Körper auswirken wird. Immer in Zusammenschau mit all den anderen Quellen. Jetzt finde ich aber spannend, wo ist das noch drin? So, Aluminium ist nämlich nicht nur darin, sondern wir haben das in Nagellack, wir haben das in Eyeliner, wir haben das in Hairfärbelmittel. Und das kann ja dann natürlich irgendwann schon zu einer Dosisüberschreitung kommen, je nachdem, wie krass du das jeden Tag benutzt. Ja, viele schwören ja auf Naturkosmetik. Ich habe davon bei mir auch einiges zu Hause, einfach, weil ich es oft besser vertrage als andere Cremes und Co. Was sagen denn die Studien dazu? Also ist Naturkosmetik wirklich besser als, ich sage mal, reguläre Kosmetik? Also was ist da vielleicht nicht drin, was in der regulären drin ist? Also ich glaube, man kann ganz klar sagen, es ist besser, weil die Naturkosmetik, wenn ich die denn auch tatsächlich als Naturkosmetik mit Siegel, es gibt verschiedene Siegel, leider gibt es nicht das große Siegel, da haben die sich darauf einigen können, sondern jeder macht da so ein bisschen sein Ding. Aber es basiert bei allen eigentlich darauf, dass man sagt, so pass mal auf, es sollte so natürlich wie möglich sein, es sollte nicht dazu führen, dass ich in irgendeiner Art und Weise Roh- oder Abbau an der Erde betreibe. Also beispielsweise, hier hatte ich ja eben das Öl genannt, das Palmöl, was ein großes Problem darstellt in seinem Anbau, was aber momentan noch keinen guten Ersatz hat und dementsprechend übrigens auch in der Naturkosmetik immer noch eine wichtige Rolle spielt, weil du hast nicht den Ersatz bisher gefunden. Weil der Rest so teuer ist, oder? Und die kriegen nicht den Ertrag. Also wenn du Palmöl anbaust und andere Öle, dann Palmöl hat fast immer den doppelten oder vierfachen Ertrag und es macht dann halt immer noch Sinn, das ist das große Ding. Aber du brauchst halt leider diese Öle oder du brauchst das Palmöl. Aber du möchtest vor allen Dingen Konservierungsmittel. Alles das, was nicht natürlich vorkommt, sondern chemisch hergestellt wird, das fliegt bei Naturprodukten, bei Naturkosmetik eigentlich aus. Und das finde ich ist schon ein ganz, ganz großer Vorteil. Duftstoffe haben eigentlich auch nichts daran zu suchen. Naja, gut riechen tun die Sachen zum Teil schon. Ja, dann versuchen die das aber eben auf andere Wege. Aber letztendlich Paraffine, Erdölprodukte, das ist die Silikon, was ich eben genannt habe, die Polyethylen, Glykole, die ich eben genannt habe, synthetische Duftstoffe. Das sind alles Dinger, die sollten nach Möglichkeit eben nicht drin sein. Und natürlich auch keine gentechnisch verändernden Dinge. Und viele, wir haben noch mit, für uns mussten auch keine Tierversucher gemacht werden. Ja, das ist natürlich ein Schmarrn. Das ist Schmarrn. Das ist bei uns seit zwölf Jahren in der EU oder 13 Jahre verboten. Also das ist eine Grundvoraussetzung. Aber ich finde das ja schon sowieso generell gut, wenn man einfach sagt, okay, pass mal auf, hier weiß ich zumindest, hier wird nicht extra noch Regenwald abgeholzt. Oder hier schmiere ich mir eben kein Erdöl auf den Rücken oder tue ich mir den auf die Augen drauf, weil ich einfach hier Alternativen habe. Es gibt übrigens aber gar nicht mal so viele Alternativen. Ich schminke mich halt nicht so oft. Das Einzige, was ich zu meinen Hochzeiten getan habe, war ein Eyeliner. Hier unten, das wird unter das Lied geschmiert, damit man so ein bisschen melancholischer aussieht. Ja, ja, genau, so ein unterer Wimpernkranz. Ich konnte das aber auch. Aber das ist eine andere Geschichte. Es ist jetzt auch nicht so schwer, ehrlich gesagt. Also pass mal auf. Also ich hatte einen Eyeliner, da sind die Frauen aber, puh, von neider Blast. Das liegt dann wahrscheinlich an deinem Wahnsinnsblick. Oder an meinen Augen. Oder an deinen Augen, genau. Oder an meinen Augen. Ich bin einfach dick aufgetreten. Okay. Aber, also nochmal, um jetzt zurückzukommen. Es ist nicht das Verkehrteste, aber wenn, dann sollte man wirklich nach den Siegeln gehen. Und nochmal, auch die Siegel geben einem nicht die Gewährleistung, dass da wirklich auch nur gute Sachen drin sind. Sondern man kann dann einfach nur sicher sein, okay, das wird wahrscheinlich nachhaltig gewonnen werden. Und wahrscheinlich werden nicht so viele synthetische Stoffe drin sein, wie in den normalen Kosmetika. Und durch welche Stoffe können die ersetzt werden, die nicht so gut sind für uns, die Stoffe? Fairerweise können die nicht oft ersetzt werden, sondern man kann sie nur weglassen. Was man allerdings machen kann, sind beispielsweise die Polyethylenglykole. Die sind nicht sonderlich gewünscht. Tenside beispielsweise. Wichtig, weil sie reinigen und schäumen. Oder sie sind halt Immunikatoren. Da würdest du sogenannte Zuckertenside beispielsweise übernehmen. Aber mehr hast du gar nicht so richtig. Das ist auch verrückt, oder? Ja. Bei Naturkosmetik wird ja auch super viel mit Nachhaltigkeit geworben. Das hast du ja auch schon gesagt. Auf den Zug versuchen gerade ganz viele Hersteller aufzuspringen. Wobei wahrscheinlich da auch wieder viel Greenwashing dabei ist, wissen wir ja. Aber wenn euch das Thema Nachhaltigkeit und Klima generell interessiert, hört gerne mal bei unseren Kollegen und Kolleginnen vom NDR rein. Mission Klima, Lösungen für die Krise heißt deren Podcast. Den findet ihr in der ARD Audiothek. Aber wir verlinken ihn euch auch nochmal in den Shownotes. Hi, wie passend dazu hat Tanja aus der Facebook-Gruppe uns eine Frage über Bio-Nagellacke gestellt. Sind da wirklich Bio-Nagellacke besser als herkömmliche? Sind die gesünder oder auch verträglicher für die Nägel? Kann man so persönlich beantworten. Also, Bio bedeutet erstmal nur, dass ich versuche Naturprodukte zu nehmen und die industriell hergestellten Dinge dann einfach wegzulassen. Ob ich das wiederum gut vertrage, hat ja auch was mit der eigenen Form zu tun. Ich würde immer raten, trotzdem, wenn ich das Geld habe, es ist ja zum Teil auch ein Preis-Leistungs-Verhältnis, dass man auf die Bio-Nägel in diesem Falle geht. Aber natürlich sind da auch wiederum Bestandteile drin, die ich einfach brauche, damit das auch aussieht, wie es aussieht, wenn ich eine Nagellackiere. Das muss ja formstabil sein, das muss von der Konsistenz schön sein. Manche mögen halt, dass der Nagel glänzt oder dass da so, da sind so Pigmente drin, die dann leuchten. Haben deine Töchter bestimmt. Ich habe das gerade auf dem Fuß. Ach so, genau, dachte ich mir doch. Deswegen bin ich da einfach auch so gut drin. Aber Bio kann man schon empfehlen, aber nochmal, man muss sich da so ein bisschen reinfuchsen und schauen, weil es nicht das Bio-Siegel als solche gibt, sondern nur verschiedene. Das nervt mich ja selber auch. Und es gibt ja dann Naturkosmetika und Bio-Naturkosmetika. Also es wird ja immer komplizierter. Aber Bio ist ja geschützt. Bio ist geschützt. Ja, aber wer jetzt nur Naturkosmetika kauft, der muss ein bisschen aufpassen. Manche Menschen müssen ja mit bestimmten Stoffen ganz besonders vorsichtig sein. Wer bestimmte Krebsarten hatte, sollte zum Beispiel keine Kosmetik mit Hormonen verwenden. Nur braucht der Mensch ja für die Liste mit den Inhaltsstoffen auf den Packungen, mit Wimperntusche, Creme und Co. mindestens eine gute Lesebrille, also ich zumindest. Sabine aus der Facebook-Gruppe empfiehlt deshalb die App ToxFox oder Codecheck.de geht auch. Wobei ich vor x Jahren mal die Codes von allen Naturkosmetikprodukten in meinem Bad gescannt habe. Zumindest in einer Körpercreme waren Hormone. Das ist schon eine Weile her. Deshalb nenne ich jetzt auch den Hersteller nicht. Ich nehme an, vielleicht hat er ja auch die Rezeptur geändert. Aber wie gut sind diese Apps? Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. ToxFox hat einen sehr guten Ruf und die sind auch sehr konsequent. Da geht es aber wirklich nur um Mittel, die gesundheitsgefährdend sind. Alle anderen, du musst dir das ja so vorstellen, die Hersteller wollen ja nicht immer so transparent sein, wie sie sind. Das heißt, da wird zum Teil einfach der Name geändert. Zum Teil ändern sich aber auch Herstellerrichtlinien. Du darfst Substanzen, die verboten sind, wieder reintun in anderen Konzentrationen. Wiederum andere fliegen raus. Und da kann es tatsächlich passieren, dass die App nicht alles erkennt und dass die App zum Teil auch falsch zuordnet. Also ich erinnere mich an eine Studie aus dem Jahr 2016-17 von, ich glaube, Öko-Test. Die haben diese größte App gecheckt. Ich glaube, die ist sogar von Apple selber. Und waren ganz erschrocken, weil die zum Teil ja den Produkten Substanzen unterstellt hatten, die einfach nicht mehr drin waren, weil das einfach zu alt war. Zum Teil haben die aber auch einfach Substanzen nicht erkannt. Die hormonell wirksam waren. Und das Allerschlimmste finde ich, die haben halt einen Handicap. Hersteller brauchen Verunreinigungen nicht zu deklarieren. Das heißt, du kaufst dir einen Lippenstift oder du kaufst dir irgendwas anderes. Und wenn du das dann wirklich chemisch analysieren und aufbereiten würdest, so hat es Öko-Test gemacht, da sind da tatsächlich Bestandteile aufgefallen. Da würden dir sich die Haare sträuben. Die hat die App aber nicht erkennen können, weil die einfach nicht aufgelistet waren, weil es nur als Verunreinigung gilt. Gut, jetzt kann man natürlich argumentieren, die Verunreinigung ist von der Konzentration her so gering. Jetzt sage ich aber, gut, wir reden hier aber auch, wann fängt man sich an zu schminken als Frau oder als Mann? Wahrscheinlich mit 13, 14. Und wir reden hier über dann im besten Falle 50, 60, 70 Jahre. Ja, die 80 musst du erst mal erreichen und dann kriegst du plötzlich irgendeinen beschissenen Hautkrebs oder irgendwas anderes. Ja, und fragst dich, warum eigentlich? Und für mich war das tatsächlich ein Aha-Moment, wenn ich mir denke, okay, wenn ich mir jeden Tag dieses Zeug in die Haut reinreibe oder ich tue mir den Lippenstift drauf und ich nehme mir das oral auf, habe ich natürlich auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, Substanzen aufzunehmen, die ich sonst niemals im Leben zu mir nehmen würde. Ja, ich kenne zumindest keinen, der Paraffin oder ein Erdöl, also an der Tanke mal kurz am Benzinschlauch nuckeln würde. Aber wir tun uns das auf dem Lippenstift drauf. Etwas übertragen, aber letztendlich daraus werden Wachse gemacht und Wachse sind eben ganz wichtig für Lippenstift und auch Nägel. Ja, gegen das Metallnickel sind super viele Menschen allergisch. Zumindest früher war das wirklich in fast jedem Modeschmuck drin. Aber auch in Kosmetika kann der Stoff sein und dazu hat Nathalie aus der Facebook-Gruppe eine Frage. Da ich gegen Nickel allergisch bin, würde mich interessieren, wie ich erkennen kann, wo überall Nickel drin ist. Ob es da irgendeine bestimmte Bezeichnung gibt, damit ich mir nicht die falschen Produkte kaufe. Das ist super schwierig. Also ich würde eher auf Nickel freigehen, das ist einfacher. Das heißt wirklich Produkte, die garantieren, dass kein Nickel enthalten ist. Es geht weniger darum, dass da Nickel drin ist, sondern vor allen Dingen auch Nickelverbindungen und wie viel Nickel freigesetzt wird. Also du kannst zum Beispiel eine Nickelverbindung haben, die ganz stabil ist und da passiert gar nichts. Du kannst eine Nickelverbindung haben, da ist wenig Nickel drin, aber alles, was an Nickel drin ist, wird freigesetzt und sorgt dann letztendlich für eine Irritation. Dementsprechend wäre ich da eher dafür, dass man guckt, welche Produkte sind wirklich nickelfrei und die sind deklariert. Ich glaube, es gibt gar nicht so viele. Kaum. Kaum. Aber nochmal, das ist ganz wichtig, das ist ja schon wieder mein Fachgebiet jetzt, Allergien und sowas. Es hat weniger damit zu tun, wie viel Nickel drin ist, also in einer Gürtelschnalle, da ist ja Nickel drin. Sondern wie viel wird von Nickel freigesetzt und man muss es letztendlich ausprobieren, ab wann man allergisch reagiert. Also das ist auch so wieder so ein bisschen so ein Learning-Prozess. Wir können ja super viel tun, um unsere Haut zu schützen und da geht es gar nicht immer um Kosmetika, sondern zum Beispiel auch um bestimmte Lebensmittel, die gut oder schlecht für unsere Haut sind. Darüber haben wir hier im Podcast auch schon mal gesprochen. Pasta, Quark und Süßes. Welches Essen schadet der Haut, heißt die Folge. Die findet ihr wie alle anderen Folgen natürlich auch in der ARD Audiothek und wir verlinken sie euch auch nochmal in den Shownotes. Aber für eine gesunde Haut brauchen wir eben nicht immer unbedingt das neueste und vermeintlich tollste Produkt. Es gibt ja auch die Tendenz, wirklich die Haut nur mit Wasser zu waschen und ohne Seife, die Haare auch. Ich meine, bei meiner Haarlänge wäre das wahrscheinlich ein bisschen grenzwertig, aber der Trend ist wahrscheinlich gar nicht so falsch, oder? Ich kann ja jetzt nur meine Kollegin Jahl Adler zitieren. Von der habe ich ein schönes Interview gefunden. Lass es sein mit der Seife, es funktioniert super gut mit dem Wasser. Sie hat sogar das Zitat gebracht, selbst Urin ist wasserlöslich. Ja, aber das Fett in den Haaren vielleicht nicht. Ja, gut, die Haare sind glaube ich nochmal so ein Sonderding, aber was den Körper betrifft, kommst du eigentlich gut mit einer Wasserreinigung aus. Ich persönlich würde es auch nicht schaffen. Ich brauche mal diese Seife und zeige natürlich aber auch wiederum, dass ich da schon falsch gepolt bin. Wird das so nach dem Sport oder so? Richtig, aber eigentlich, wenn wir sauber sind, dann haben wir ja keinen Schmutz an unserem Körper, dann passiert da eigentlich auch nicht viel. Und das, was wir haben, kann man eigentlich immer mit Wasser sehr, sehr gut abwaschen. Also es geht theoretisch, kann man das machen. Ich muss sagen, ich bin jetzt auch kein großer Freund davon, aber wenn jemand sagt, ich habe empfindliche Haut, die profitiert davon. Und wenn ich mich nur zwei-, dreimal die Woche abseife, dann ist das doch, glaube ich, völlig legitim. Über Haare rede ich ja per se in diesem Podcast nicht. Das finde ich sehr diskriminierend mir gegenüber. Christiane aus der Doc Esser Facebook-Gruppe schreibt, dass sie das letzte Mal geschminkt war, als sie geheiratet hat und sonst eigentlich seit 40 Jahren keine Kosmetika mehr verwendet. Sie sagt, sie hat eine super Haut. Stimmt es denn, dass ich meine Haut auch überpflegen kann, also so viele Produkte nutzen, dass es meiner Haut schadet? Ja, das hat jetzt aber weniger was mit Kosmetika zu tun, sondern mit allem, was ich drauf schmiere. Man hätte eigentlich die Fragen schon fast wechseln können. Ist es gesünder, wenn ich lieber nur Wasser nehme? Ganz klar, wenn ich zigmal am Tag irgendwelche Substanzen auf meiner Haut schmiere, wird irgendwann die Hautbarriere zerstört. Und das ist wiederum dann ein Risiko für Bakterien und Co. Und es gibt die sogenannte periorale Dermatitis. Die kriegen Frauen und Männer, wenn sie sich zu viel schminken. Ist das diese Stewardessen-Krankheit? Die Stewardessen-Krankheit, ganz genau. Und da hilft eigentlich nur als Therapie. Und das, finde ich, ist die beste Therapie. Du kannst das natürlich noch ein bisschen anders behandeln, aber einfach mal die Schminke weglassen. Aber ich gehöre zum Beispiel zu den Leuten, die schminken sich immer. Muss ich mich abends abschminken oder kann ich das Zeug einfach auch mal drauflassen? Nee, du musst dich abends abschminken. Also generell Make-up, dass die Poren verstopft, stimmt so nicht, sondern es ist noch von früher. Da hat man als Grundlage oft nämlich Reismehl genommen. Und da ist Stärke drin, das quellt auf und das hat wirklich die Poren dicht gemacht. Und da war auch Sense im Schacht. Das ist heutzutage natürlich nicht mehr so. Aber wenn du Schminke drauflässt über Nacht, hast du ein höheres Risiko für Bakterien und andere Eindringungen. Deswegen solltest du dich abends abschminken. Ja, dann lass uns die wichtigsten Infos nochmal zusammenfassen. Viele Produkte mit guten Inhaltsstoffen oder gar keine Pflegeprodukte, was ist besser? Ich denke, man sollte auf Naturkosmetik gehen. Man sollte so ein bisschen darauf achten, was man kauft. Vielleicht mit einem Zertifikat und Siegel. Dann hat man zumindest was für die Nachhaltigkeit getan. Was ganz klar ist, ist, dass auch die Bio- und die Naturkosmetika Inhaltsstoffe haben, die nicht unbedingt günstig sind für unser Erbgut. Das muss man einfach so annehmen. Man sollte sich immer wieder im Klaren sein, dass die Herstellerangaben nie komplett sind. Verschmutzungen, Verunreinigungen werden definitiv nicht deklariert. Und es ist leider auch immer noch eine Grauzone hinsichtlich Substanzen, die vielleicht als fraglich karzinogen, krebserregend beispielsweise eingestuft werden. Dementsprechend wäre ich dafür, dass man eher zurückgehaltend ist mit Kosmetika, Schminke und Co. Und das tatsächlich nur einsetzt zu Festivitäten oder Ähnlichem. Also natürlich ist, glaube ich, hier wirklich das, was man empfehlen kann. Das ist natürlich schwierig, wenn man bei den Medien arbeitet. Schau mich an. Im Fernsehen bist du auch mal geschminkt. Ach so. Ja, genau. Welche Inhaltsprodukte sind denn so schlecht für uns Menschen, dass ich Kosmetikprodukte lieber per se weglassen sollte, wenn das auf der Inhaltsliste steht, wenn ich die überhaupt lesen kann? Ja, also es sind die Konservierungsstoffe. Es sind die Düfte, die ein großes Problem darstellen. Es sind die Kunststoffe, die Mikropartikel, die ein großes Problem darstellen. Es könnten Mineralien sein, die ein Problem darstellen. Es sind die Paraffine, Erdöl, alles, was synthetisch hergestellt ist, aus den Erdölen sollte weggelassen werden. Also da sollte man einfach sehr zurückhaltend sein. Jetzt kann der Mensch ja ein Vermögen für Skincare-Produkte ausgeben. Ist teuer in dem Fall immer sofort besser oder tun es manchmal auch die günstigsten Sachen? Es tun definitiv die günstigen Sachen. Es hält nur was von den Inhaltsprodukten ab und nicht davon, wie die aufgemacht sind. Und es gibt sicherlich natürlich Hersteller mit namhaften Namen, die sündhaft teure Preise nehmen. Und das hat aber auch wiederum mal eine Studie gezeigt, das beste Produkt, was abgeschlossen hatte, war irgendwie für drei Euro. Und im Vergleich zu irgendwie 30, 40 Euro gegen Produkten, die dann nur auf Platz drei, Platz vier, Platz fünf waren. Naja, das testet ja Stiftung Warentest dankenswerterweise immer mal wieder. Danke an dieser Stiftung Warentest. Finde ich ja sehr gut immer. Das war es mit unserer Folge zu Kosmetika und ihren Inhaltsstoffen. In der nächsten Woche geht es hier im Podcast um Esssucht und Lebensmittel, die richtig süchtig machen. Schokolade gehört zum Beispiel dazu, könnte ich mir vorstellen, oder Chips. Und danach sprechen wir hier im Podcast über Kopfverletzungen. Von Kopfbällen beim Fußball bis zum Fahrradsturz ohne Helm. Schickt uns eure Fragen zu den beiden Themen gerne per Mail an doggesser at wdr.de oder per WhatsApp. Die Nummer findet ihr wie immer in den Shownotes. Ja, danke Heiwi, bis bald. Bleibt gesund und achtet auf eure Haut, besonders jetzt in der kalten Jahreszeit. Ich creme auf jeden Fall mal weiter. Mir fällt wieder ein, jetzt wo du diese Kopfverletzungen gesagt hast, bei Kopfbällen. Da gab es das Szenario damals in den 80ern von Hubrecht. Ich glaube, der war bei Hamburg. Das habe ich damals als sechs-, siebenjährige geguckt. Die haben sich so gegenseitig mit den Köpfen geküsst, dass der eine riesige Platzwunde hatte. Und dann haben die das damals, heute würden die ja alle ins MRT, irgendwas ausschließen. Pflaster drauf oder was? Verband gekriegt. Der hat auch durchgesuppt und der hat danach noch geköpft. Und ich weiß noch, der als Junge jedes Mal so, ah! Und ah! Also jetzt wo du das sagst, jetzt machst du hier so ein Kindheitstrauma auf bei mir. Was machst du denn? Also, allen eine schöne Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich gehe jetzt mal einen Eyeliner nachziehen. Tschüss, tschüss!